Das ist eben das, was für mich Sample-Kreativität ausmacht. Das heißt, Rekontextualisierung, Dinge zu transformieren und einen neuen Zusammenhang zu bringen, der etwas anderes auslöst als der Ursprung. Es lebe der Remix, es lebe die Variation, es lebe das Zitat, es lebe die immer wieder neue Komposition von Kopien. Es ist ja nicht so, dass wir uns letztendlich die Möglichkeiten des Kopierens ausgesucht haben, sondern die haben uns ausgesucht. Es ist die Digitalität, die letztendlich Informationen in die Einzelteile zerlegt hat, damit man sie woanders wieder zusammenbauen kann. Und das bringt natürlich enorme Möglichkeiten des Kopierens. Es lebe der Remix, es lebe die Variation, es lebe das Zitat, es lebe das Plagiat, es lebe der Mashup, die immer wieder neue Rekomposition von Kopien. Das Authentische ist ein Mythos, der Hase der Innovation ist lediglich ein Wolfertinger im Wald der Musik. Das Phänomen der Fälschung ist an seinem Ende angekommen. Durch das Internet zum Beispiel gibt es für den Fälscher sozusagen gar keinen Ort mehr, wo er sich verstecken kann. Das ist nämlich auch ein entscheidender Punkt. Also sich locker zu machen, wenn jemand Kunst macht, ist das eine. Sich locker zu machen, wenn jemand was von mir stiehlt, ist was anderes. Das ist ja die Hommage an den Künstler. Und wenn ich dann wirklich nur meinen Loop benutze, dann ist es einfach nur, weil ich einfach diesen Loop halt so geil fand und einfach diesen Part für mich so schön fand. Ich fühle mich da nicht als lieb. Ich als Künstlerin habe ganz grundlegend andere Arbeitsbedingungen als ein Künstler vor 50 oder vor 100 Jahren. Das Authentische ist eine Fata Morgana auf dem Track durch die Wüsten der Einfallslosigkeit. Auf der Jagd nach dem Rehpool der Genialität, im Schallplattenwald des Plattenladens unseres Vertrauens. Wir sind doch fast alle noch geprägt von den Idealen und Werten der Moderne, die sehr stark auf das Neue, das Originelle, das Fortschrittliche gepolt war. Und wo das dann eben doch als deutlicher, aus mancher Sicht dramatischer Paradigmenwechsel erscheint, was da aktuell stattfindet. Und deshalb braucht es, glaube ich, viele solcher Veranstaltungen. Also, das ist, glaube ich, viele solcher Veranstaltungen. Das ist, glaube ich, viele solcher Veranstaltungen.